Hallo netten netten, jetzt bekommen wir einen neuen Video, ich bin Rubber Scharfschütze und heute spielen wir großen Tower Defense 5, äh 6. Aber wenn ich auch 5 spielen kann. Ja, was mit den Kräften? Was ist damit? Du brauchst, das ist nichts Besonderes, oder? Oder, ah hier. Was ist das? Das kann ich ja gar nicht. Das kann ich leider nicht nehmen, äh, wo hast du hier? Ne, wo ist das? Ah, neue Helden hier. Habe ich ja vergessen auch zu zeigen. Dies, al, dies, al, dies, al, dies, al, der ist zum Beispiel neu, die kenne ich gar nicht. Ich glaube, das ist ein neuer Held auch. Ja, wenn du da Weihnachtsmanager nimmst. Großklimmer, uah, was kann der? Äh, packt ein Blumen der Klasse Moor, BFB oder DDT sofort sichtbar oder ZOMG und zerdrückt ihn für 5 Sekunden. Ah, das heißt, ich kann einfach die One-Tap Moor wie. Das kann ich immer noch nicht. Wo ist denn das, was ich gerade gemacht habe? Ah, kann sogar Korb. Habe ich von voll vergessen. Ähm. Wo ist jetzt diese Dings? Hä? Egal, ich spiele das einfach, irgendein Spiel. Zwei Minuten wieder verlaufen. Pfff. Guck, 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 guck. Das ist glaube ich nur eine Maps, ne? Habe ich nicht das hier gespielt? Ich spiele auch schwer. Ich spiele Profi. Das heißt, wenn ich schwer spiele, dauert die Aufnahme länger als sonst. Äh. Na, wir fangen mit hier an. Oh, man kann mal nicht die hier irgendwie... Oh, hier die Axt. Ja, man kann doch die Sachen hier irgendwie abbauen, oder? Na, mal hier jetzt vielleicht. Ah, ich habe ja noch so ein paar Sachen. Ich schenke die Sachen. Dann wähle ich ihn mal auf. Zack, zack. Was ist eigentlich mit dem hier? Okay, der ist genau dasselbe. Ich kann schneller werden. Jetzt mit dem Feuer ist glaube ich auch gut. Digga, ich habe schon alles vergessen. Na gut, die Classic offen nicht, aber so die Fähigkeiten und so habe ich ja alles vergessen, Digga. Aber in den letzten Folgen war ich nicht krank. So schnupfen... So schnupfen... Na, da, Jente. Wenn man so sagt. Rät ich irgendwie zu leise, oder so? Warte mal, ich mach mal... So, hallo? Ey, keine Ahnung, wie ich mich irgendwie hört, oder so. Muss ich mein Mikrofon hier so nah machen. Ist das eigentlich so besser so? Okay, vielleicht so. Dann muss ich aber ganz mit meiner linken Hand im Mikro halten. So? Vielleicht so besser? Oder vielleicht so? Hallo? Corona-Tag 65, mir gehen die Ideen aus. Ich glaube, ich würde sogar lieber so einen besseren Mikrofonhalter. Da kann ich einfach direkt von meinem Mund halten. Und dann ist es easy. Als wenn es hier so einen Abstand hält und mich fast gar nicht hört. Vielleicht habe ich irgendwas Gutes. Machen wir mal... Okay, jetzt kommen die Grünen. Die Gelben sogar schon. Aber egal, die schaffen das schon. Ich mach mal langsam. Der Alchemist ist gut. Ich mach mal hier hin. Oder mach mal. Fertig. Oh, was war nochmal gut? Was war nochmal gut, Digga? Ich könnte es nochmal irgendwie... Größere Tränke, Säure, Säurepool. Aber was ist unten? Digga, ich hab keine Ahnung mehr. Stärkere Säure. Ah, hier. Hier, hier. Schnelles mehr. Ja, okay, das ist alles richtig. Ich muss jetzt... Oder war oben Gold? Nein, das ist hier. Da habe ich schon mal die Eisenballons ready. Ready. For Spaghetti. Warum ziehe ich immer mein Naso? Immer wenn ich aufnehme, dann... Keine Ahnung. Versuch mal nicht mein Naso aufziehen. Ich bin Stufe 31, krass. Am Affenbuch. Oh, da muss ich jetzt alles noch... Ah, ja. Unten ist es okay. Instabiler... Ist auch gut eigentlich, das da oben. Äh, Mitte. Wie teuer ist... Okay, es ist nicht so teuer. Ich brauche mich jetzt tausend sparen, Digga. Joop. Ach, Tarn sogar jetzt. Oh, fuck. So. So. Also die... Also... Ich glaube ein Tipp ist es nicht die... Also die Helden aufzuleveln hier... Ist dumm. Die leveln sich ja selber auch. Also... Das ist kein Problem. Ach, die Ninja-Zer waren ja übelst krass. Aber nicht hier, Digga. Mein Gott, ich glaube... Mein Gott, ich glaube... Ich bin echt jung meines Lebens. So. Ich bitte auch auf... Pass noch einer rein. Ja. Vielleicht noch eine Mütze? vielleicht noch so ein Affe ne ich glaube der Affe hat die kleines Hitbox so ich gehe auf unten, bei den gehe ich nach unten dann gehe ich das noch nach oben ja, 3000 Digga, Alter bei Recht kostet die glaube ich ungefähr so 2050 keine Ahnung, Digga aber 60 FPS? toll äh, jetzt haben wir Probleme puch auf jeden Fall kommt schon der alter, jetzt kommt schon der erste Harald scheiße das war schmerzhaft was ich auf jeden Fall noch brauche ist der Affendorf so äh, großer Radius Trommel links da oben ist da das hier ich glaube das reicht jetzt für den Anfang wie viel habe ich denn eigentlich nicht aber da ist schmerz gerade ach, jetzt habe ich genug Geld ich glaube das für ein Level ist jetzt nicht so wichtig mehr aber das ist wenn ich so wie immer langsam 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 Alter Digga mach ich nur so hier rammelst du da hier ach ich mach mal hier so mal sehen was ich kann was kann denn ich das ranken wo sind die die platziert du die Rammel? ach hier sehe ich die ganz klein da drunter ist die jetzt weg? ne hab ich jetzt neu gemacht ah ok äh das da kommi zu Gold ich glaube ich soll mal anfangen mit der äh Kanonen hier weiterzumachen weil die ist ja gut das hat sich auch nicht überhaupt sicher das ging jetzt aber schnell das ging jetzt aber schnell ey Digga ich werd ja vielleicht Affenbuch Milliardär was ist mit dir Digga hier zack zack was mach ich dieses ähm was ist das? keine Ahnung zack 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 4.800 besser gesagt 5.000 5.000 5.000 4.000 5.000 5.000 5.000 1.000 5.000 5.000 paus Und jetzt weiß beide hier. Ok, oben habe ich sie genommen. Ok, aber wo kann man noch gucken, dass man sie hier auch nehmen kann? Vielleicht kommt die letzte Runde im schwierigsten Grad mittelschwer. Ja. Dunsabotage. Keine Ahnung, aber nicht mehr mal. Ich glaube, das gibt sogar Geld, der Baum. Wenn die Duns halt da reingehen in den Wald, verschwinden die ungegen Geld. Jetzt sieht es bei mir so an, als ob ich hier leise rede, oder? Ja, keine Ahnung, oder? Warte mal. Ich hoffe, jetzt geht irgendwie nichts kaputt von der Aufnahme oder so. Äh, äh, das ist jetzt ein Problem. Äh, 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 äh. Alter, Alter. Ich lasse mal die Aufnahmenruhe weitermachen. Ja, danke sehr. Lass doch lieber hier rein, Alter. Ah, der ist ja übelst krass wie ein Morb. Hier kommt das auch krass. Nicht noch. 14 Level. Ich nehm die jetzt immer mal schnottloser Grieber. Ich weiß doch, wie ich mich kaputt gelacht habe. Ja, ich hab' kaputt gelacht, wie die aussah, naja. Oh, geil. Da kann man nicht nein sagen, so geht's. Und jetzt? Ich glaub, das soll ich lieber benutzen, wenn die schon so weit da vorne sind. Oh mein Gott. Der Loonmaster Alchemist. Krass. Loonmaster Alchemist. Ja, das bitte. Ah, hier. Ein geheimer Schrumpfkrank verwandelt. Alle betroffenen blonsten. Rot. Rot. Oha. Ja, boi. Ja, dann sparen wir mal. 43.000. Ich glaube, die waren nicht bevor ich verrecke. Hier, guck mal. Die kann man machen. Hier, die müssen sie noch machen. Okay, nur den. 2.000 noch. 2.000 noch. 2.000. Hier ist nur noch 900. Na, die Moabs. Ah, jetzt kommen die gar nicht mehr durch. Ich. Ich brauch noch mehr von dem Boomerang-Arten. So. Psch. Ne. Sack, zack. Oh, 20 Minuten. Geil. Okay, also nach der Runde, äh. Hör ich auf. Hier, zack, zack, zack. Oh. Nice. Parra, parra. Rattattattau. Rapparappa. Was ist das schon für ein Level? Stufe 13. Äh. Ja. Ohne nicht. Warte mal kurz gucken. Äh. Am blauen. Hier am mittleren Strich. Oh mein Gott, das geht sogar wirklich raus. Äh. Äh. Das war glaub ich dumm. Aber egal. Doppelt hält besser. Also es geht noch wie früher bei Boomerang-Defense 5, dass die sich gegenseitig auch hochboosten. Nein. Ich will jetzt mal testen, ob ein dritter funktioniert. Ne. Ein dritter funktioniert nicht. Das reicht mal zu mal zwei. So. Äh. Was kann man noch zu machen? Ja, hier am Ende. Seh schon die letzte Runde. Und das war. Ne. Oder? War's? Ne. Kommt noch. Eine Runde. Ah, der Zomp. Zomp? Ah, der ist oben. Egal. Ich halt meine Schnurz. Okay. W-m-m-m. Will er sich auch bewegen. Hm. Also drei von den Reichen plus den. Okay, außer die Blaute. Klar, die waren zu langsam, deswegen. Ja, Stufe, Ausstieg, nice. Wieder so ein Buch. Ich hab gesagt, ich werde Buchmilliardär. Dann gucke ich nochmal, was ich alles leveln kann. Und dann sage ich... Schuhe. Äh... Achso. Zauberer. Alle Magiertüme können Eisbloons platzen lassen. Nice. Erhört Reichweite für das Upgrade. Super Reichweite. Lenkmagie. Unintensiver Magie kostet 25 weniger. Ich glaube, ich muss hier nochmal was anderes verbessern. Ist das hier primär? Ich weiß aber, wo gehört... Der Affe... Der Klebaffe. Affen. Ach, dir. Also zu der normalen Klasse. Was ist bei dem hier? Mein Gott. Mein Gott. Krass, was macht er jetzt? Äh, spezieller Rückschlag... Kili... Kilis... 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 Lösen öfter... Aus- und verursachen... Eine Menge... Menge... Extra... Schaden, Alter. Ich lese nie wieder für euch. Äh, wo ist das mit dem Buch da? Primär? Die Angriffsgeschwindigkeit des Reißnagel... Nee... Längere Haltbarkeit der Geschoss von Wurffeilaffen, Bomberwerfer, Reißnagelwerfer und Klebschutzgeschütze. So, nice. Die ist... Die... Nicht selber. Ah, das brauche ich. Ja. Dann... Alter, ich habe E-B-Skill viel Geld. Für ich bin reich. Okay. Dann sage ich... Danke fürs Zusehen. Äh... Mach mal, dass es noch so ein Autist ist. Ach, da... Hat... Egal. Nichts Besonderes. Okay. Ja. Dann sage ich danke fürs Zusehen. Schreibe irgendwas in den Kommentaren. Da ist ein Nike da. Ist alles kostenlos. Abo nicht vergessen. Glock aktivieren. Wir sehen uns dann später. Ciao. Los. Los.